Nach einer umständlichen Ankleideprozedur Traten Eragon und Oryk zurück, um das Resultat zu begutachten Saphiras ganzer Hals, bis auf die Zacken in der Mitte War mit dreieckigen, überlappenden Panzerplatten bedeckt Den Bauch und die Brust schützten die dicksten Während die leichtesten Stücke ihren Schwanz umhüllten Die Beine und der Rücken waren völlig verdeckt Die Flügel blieben ungeschützt Eine eigens dafür geformte Panzerkappe saß auf ihrem Kopf Ließ den Unterkiefer aber frei, damit sie noch zuschnappen konnte Saphira drehte versuchsweise den Hals Und die Rüstung folgte geschmeidig ihren Bewegungen Das macht mich zwar langsamer, aber es schützt vor den Pfeilen Wie sehe ich denn aus? Ziemlich furchterregend, sagte Eragon wahrheitsgemäß Das gefiel ihr Oric hob die restlichen Teile vom Boden auf Ich habe dir auch eine Rüstung mitgebracht Obwohl es ewig gedauert hat, bis wir deine Größe fanden Wir fertigen selten Rüstungen für Menschen oder Elfen an Ich weiß nicht, wer diese bekommen sollte, aber sie wurde nie getragen Und sollte dir gute Dienste leisten Er streifte Eragon ein steifes Kettenhemd mit ledernem Rückenteil über den Kopf Das ihm wie ein Kittel bis zu den Knien reichte Es lag schwer auf seinen Schultern und klirrte bei jeder Bewegung Er schnallte Zarok darüber, sodass die Kettenglieder nicht so frei hin und her schwangen Dann stülpte man ihm eine Lederkappe auf den Kopf Darüber eine Kettenhaube und zum Schluss einen gold- und silberfarbenen Helm Arm und Beinschienen kamen dazu Für die Hände bekam er Handschuhe mit Kettenrücken Als letztes reichte Oric ihm einen breiten Schild, in den eine Eiche eingraviert war Wohl wissend, dass das, was man ihm und Saphira hier darbrachte, ein Vermögen wert war Verneigte sich Eragon und sagte Vielen Dank für die edlen Geschenke Chodkas Gaben sind uns höchst willkommen Bedank dich lieber später, sagte Oric lachend Wenn die Rüstung dir einmal das Leben rettet Die Krieger marschierten los Und die drei Bataillone verteilten sich auf verschiedene Abschnitte von Fahrtendur Unsicher, was sie jetzt tun sollten, schaute Eragon Oric an, der achselzuckend sagte Ich schätze, wir marschieren einfach mit Sie folgten einem Bataillon, das auf die Kraterwand zuhielt Eragon fragte nach den Urgals, aber Oric wußte nur, dass in den Tunneln Speer postiert waren, die noch nichts gesehen oder gehört hatten Das Bataillon blieb an einem der eingestürzten Tunnel stehen Die Zwerge hatten die Trümmer hier so locker aufgeschüttet, dass sich jeder mühelos hindurchwühlen konnte Das muss eine der Stellen sein, wo sie die Urgals an die Oberfläche locken wollen, vermutete Saphira Hunderte von Laternen wurden an Holzpfosten befestigt und in den Boden gesteckt Sie bildeten einen großen Lichterkreis, der wie die Abendsonne leuchtete Am Rand der Tunneldecke brannten Feuer, über denen riesige, mit Pechsud gefüllte Kessel erhitzt wurden Eragon sah weg und rang seinen aufwallenden Ekel nieder Es war eine schreckliche Art, jemanden zu töten, selbst wenn es nur ein Urgal war Dutzende von Reihen spitzer Holzpflöcke wurden schräg in den Boden gerammt Sodass sie eine dornige Barriere zwischen dem Bataillon und der Tunnelöffnung bildeten Eragon sah eine Gelegenheit zu helfen und ging zu einer Gruppe von Männern, die zwischen den Ästen Gräben aushoben Saphira half ebenfalls und schaufelte mit ihren mächtigen Klauen Erde aus dem Boden Während sie arbeiteten, ließ Oryk sie allein, um den Bau einer Barrikade zu beaufsichtigen, hinter der als dann Bogenschützen Aufstellung nahmen Eragon trank dankbar aus dem Weinschlauch, der ständig herumgereicht wurde Nachdem die Gräben ausgehoben und ebenfalls mit Pflöcken versehen waren, ruhten sich Saphira und Eragon erst einmal aus Dann kam Oryk zurück, er fuhr sich mit der Hand über die Stirn Alle Männer und Zwerge sind auf dem Schlachtfeld Tronschheim ist abgeregelt Rodgar befähle ich das Bataillon zu unserer Rechten Adji hat das Linke Und wer führt unseres an? Jörmundur, brummte Oryk und stellte seine Streitaxt am Boden ab Auf einmal stupste Saphira Eragon an Schau mal, wer da kommt Unwillkürlich griff Eragon nach Zarok, als er Murtag mit seinem Breitschwert, einem Schild und einem von Zwergen angefertigten Helm auf Tornak heranreiten sah Oryk sprang fluchend auf, aber Murtag sagte rasch, ist schon gut Adji hat mich freigelassen Warum sollte er das tun? Wollte Oryk wissen Murtag lächelte trocken Er meinte, dies sei eine gute Gelegenheit, meine ehrlichen Absichten zu beweisen Offenbar glaubt er nicht, dass ich viel Schaden anrichten kann, selbst wenn ich zur Gegenseite überlaufe Eragon nickte ihm grüßend zu und lockerte seinen Griff um das Heft seines Schwertes Murtag war ein ausgezeichneter, gnadenloser Kämpfer, genau derjenige, den er in der Schlacht an seiner Seite haben wollte Woher wissen wir, dass du nicht lügst? fragte Oryk Weil ich es sage, verkündete eine energische Stimme Adji hat, trat in ihre Mitte Für die Schlacht gerüstet mit Brustpanzer und einem Schwert mit Elfenbeingriff Er legte eine kräftige Hand auf Eragons Schulter und zog ihn fort, sodass niemand hörte, was er sagte Er warf einen Blick auf Eragons Rüstung Gut, Oryk hat etwas Passendes für dich gefunden Ja, gibt es Neuigkeiten aus den Tunneln? Nichts Adji hat stützte sich auf sein Schwert Einer der Zwillinge ist in Tronschheim geblieben Er wird vom Drachenhort aus die Schlacht beobachten und mir durch seinen Bruder Informationen übermitteln Ich weiß, dass du dich geistig mit ihnen verständigen kannst Ich möchte, dass du den Zwillingen alles, absolut alles mitteilst, was dir während der Schlacht ungewöhnlich erscheint Außerdem werde ich dir durch sie Befehle übermitteln Verstanden? Der Gedanke, mit den Zwillingen verbunden zu sein, erfüllte Eragon mit Abscheu Aber er wusste, dass es notwendig war Ja, ich habe verstanden Adji hat hielt inne Du bist kein Fußsoldat und kein berittener Krieger Ich weiß nicht so recht, wie ich dich einsetzen soll In der Schlacht könnte alles ganz anders kommen Aber ich glaube, am Boden bist du mit Saphira am sichersten In der Luft würdest du ein vortreffliches Ziel für die Bogenschützen der Urgals abgeben Willst du von Saphiras Rücken aus kämpfen? Ich weiß nicht genau Wenn ich auf Saphira sitze, befinde ich mich so hoch oben, dass ich nur an einen Kull herankomme Ich fürchte, es werden viele Kulls da sein, sagte Adji hat Er richtete sich auf und zog das Schwert aus dem Boden Der einzige gute Rat, den ich dir mitgeben kann, ist, unnötige Risiken zu vermeiden Die Waden können es sich nicht leisten, dich zu verlieren Dann drehte er sich um und verschwand Eragon kehrte zu Urik und Murtag zurück Und hockte sich neben Saphira, den Schild an die Knie gelehnt Die vier warteten schweigend wie hunderte von Kriegern um sie herum auch Das Licht schwand, als die Sonne langsam hinter den Rand der Krateröffnung kroch Eragon ließ den Blick über das Lager schweifen Und erstarrte Etwa dreißig Fuß von ihm entfernt saß Aria, den Bogen im Schoß Entgegen aller Vernunft hatte er gehofft, sie habe Fadendur mit den anderen Frauen zusammen verlassen Besorgt lief er zu ihr hinüber Willst du etwa mitkämpfen? Natürlich Sagte Aria gelassen Aber das ist doch viel zu gefährlich Ihr Gesicht verfinsterte sich Hör auf, mich zu bemuttern Eragon Bei den Elfen werden beide Geschlechter zu Kämpfern ausgebildet Ich bin nicht wie eure hilflosen Frauen, die wegrennen, sobald Gefahr droht Ich hatte die Aufgabe, Saphiras Ei zu beschützen Und habe versagt Der Name meiner Familie ist entehrt Und würde weiteren Schaden nehmen, wenn ich dir und Saphira in der Schlacht nicht tatkräftig zur Seite stünde Du vergisst, dass ich von allen auf diesem Feld, dich eingeschlossen, die stärksten magischen Kräfte besitze Wer außer mir könnte den Schatten besiegen, falls er auftaucht Und wer sonst hat so viel Grund, ihn zu hassen Eragon starrte sie hilflos an Er wusste, dass sie recht hatte Dann pass bitte gut auf dich auf In seiner Verzweiflung fügte er noch rasch in der alten Sprache hinzu Violpamnuria ilian Mir zuliebe Die Elfe wandte unbehaglich den Blick ab Eine Haarsträhne verdeckte ihr Gesicht Sie fuhr mit der Hand über den polierten Bogen und murmelte Es ist mein Würda, hier zu sein Ich muss meine Schuld abtragen Ohne ein weiteres Wort stand er auf und kehrte zu Saphira zurück Motak sah ihn fragend an Was hat sie gesagt? Nichts Die Stunden krochen dahin und die Krieger versanken in brütendem Schweigen, während jeder seinen eigenen Gedanken nachhing Bis auf das blutrote Glühen der Laternen und den Schein der Feuer unter den Kesseln wurde es im Krater des Fahrten Dur dunkel Eragon befingerte die Glieder seines Kettenhemms und schaute ständig verstohlen zu Aria hinüber Urik fuhr wieder und wieder mit einem Wetzstein über die Schneide seiner Streitaxt und prüfte ständig ihre Schärfe Das kratzende Geräusch des Steins auf dem Metall war unangenehm Motak starrte reglos ins Leere Gelegentlich kam ein Bote ins Lager gerannt und sofort sprangen die Krieger auf Aber es war jedes Mal falscher Alarm Menschen und Zwerge wurden immer nervöser Von Zeit zu Zeit erhoben sich wütende Stimmen Das Schlimmste am Fahrten Dur war das Fehlen des leisesten Windhauchs Die Luft stand absolut still Während sich die Nacht hinzog, wurde es totenstill auf dem Schlachtfeld Den Kriegern wurden die Muskeln steif von der endlosen Warterei Eragon starrte unter schweren Lidern in die Dunkelheit Ab und zu schüttelte er sich, um nicht einzuschlafen und versuchte, trotz seiner Benommenheit die Konzentration aufrecht zu erhalten Schließlich sagte Urik Es ist spät, wir sollten schlafen Wenn etwas passiert, werden die anderen uns schon wecken Motak grummelte etwas vor sich hin Aber Eragon war zu müde, um sich über irgendetwas zu beschweren Er schmiegte sich an Saphira und benutzte seinen Schild als Kopfkissen Als ihm die Augen zufielen, sah er noch, dass Aria aufrecht sitzen blieb Und über sie wachte Seine Träume waren wirr und verstörend Voller gehörnter Ungeheuer und unbekannter Gefahren Wieder und wieder hörte er eine tiefe Stimme fragen »Bist du bereit?« Aber er gab nie eine Antwort Von derlei Vision geplagt, blieb sein Schlummer leicht und unruhig Bis irgendwann etwas seinen Arm berührte Er schreckte hoch Die Schlacht unter Fartendur »Es ist soweit«, sagte Aria mit sorgenvoller Miene Die Soldaten standen eilig auf und zückten ihre Waffen Urik schwang seine Axt, um sich zu vergewissern, dass er genug Platz hatte Aria nahm einen Pfeil und hielt den Bogenschuss bereit Vor ein paar Minuten war ein Speer hier, sagte Mortak zu Aragorn Die Urgals kommen Zwischen den Reihen aus Kriegern und Holzpflöcken hindurch Starrten sie beide auf die dunkle Grube über dem Tunnel Eine Minute verging Dann noch eine Und noch eine Ohne den Blick von der Grube zu wenden, schwang sich Aragorn mit Sarok in der Hand in Saphiras Sattel Das Gewicht der Waffe beruhigte seine Nerven Neben ihm stieg Mortak aufs Pferd Dann rief ein Mann »Ich höre Sie« Die Krieger spannten die Muskeln an Ihr Griff schloss sich fester um die Waffen Niemand rührte sich Alle hielten den Atem an Irgendwo wierte ein Pferd Gräuelndes Urgalgebrüll erschütterte die Luft Als sich dunkle Gestalten aus der Grube wühlten Auf Befehl wurden die mit Pech gefüllten Kessel jetzt umgekippt Sodass sich die siedend heiße Flüssigkeit in den hungrigen Tunnelschlund ergoss Die Ungeheuer schrien auf und ruderten mit den Armen Jemand warf eine Fackel in das blubbernde Gebräu Worauf aus der Grube eine ölige, orangefarbene Flammensäule empor schoss Und die Urgals in ein todbringendes Inferno hüllte Von Übelkeit gepackt Spähte Eragon quer durch Fahrtendur Zu den beiden anderen Bataillonen hinüber Und sah dort die gleichen lodernden Feuersäulen Er steckte Zarok in die Scheide und griff nach seinem Bogen Schon trampelten weitere Urgals das Pech in den Boden Und kletterten über ihre verbrannten Brüder hinweg an die Oberfläche Sie rotteten sich zusammen und bildeten einen dichten Wall Hinter der Palisade, die Oryk zu bauen geholfen hatte Standen die Bogenschützen und schossen ihre Pfeile ab Eragon und Aria taten es ihnen nach Und sahen zu, wie die tödlichen Geschosse in der Urgalhorde einschlugen Der Wall der Ungeheuer geriet ins Schwanken Drohte auseinanderzubrechen, doch sie hoben ihre Schilde Und wehrten den Angriff ab Die Bogenschützen zielten erneut, aber die Urgals strömten weiter In beängstigendem Tempo in den Krater hinaus Eragon war bestürzt über ihre gewaltige Zahl Sollten sie etwa jede einzelne dieser Bestien umbringen? Es schien unmöglich Das einzige, was ihm etwas Hoffnung gab, war der Umstand, dass er unter den Urgals noch keinen von Galbatorik Soldaten entdeckt hatte Jedenfalls noch nicht Die feindliche Armee bildete eine einzige, sich scheinbar endlos hinstreckende Masse von Leibern Zerschlissene, dunkle Standarten ragten daraus hervor Bedrohlich klingende Töne schallten über die Kraterlandschaft, als die Kriegshörner geblasen wurden Ein Urgaltrupp stürmte mit wütendem Gebrüll los Die Ungeheuer rannten in die Holzpflöcke und wurden bei lebendigem Leibe aufgespießt Dickflüssiges Blut quoll aus den Wunden und rann an den Hölzern hinab Eine schwarze Pfeilwolke flog über die schützende Deckung aus Holzpfählen auf die am Boden kauernden Warden zu Eragon duckte sich hinter seinen Schild und Saphira zog den Kopf ein Fürs Erste von den Pflöcken aufgehalten, irrten die Urgals orientierungslos umher Die Warden rückten zusammen und warteten auf die nächste Attacke Nach einer Weile ertönten wieder die Schlachtrufe, als die Ungeheuer erneut lospreschten Es war ein erbitterter Ansturm Seine Wucht trug die Urgals über die Holzpflöcke und Gräben hinweg Hinter denen eine Aufstellung von Speerträgern fieberhaft auf sie einstach, um sie zurückzuschlagen Die Männer hielten kurzzeitig die Stellung, doch die Welle der heranbrandenden Urgals war nicht aufzuhalten Und schließlich wurden sie überrannt Die Verteidigungslinie war jetzt durchbrochen und die Hauptgruppen der beiden Streitmächte Prallten zum ersten Mal aufeinander Ohrenbetäubender Lärm erhob sich, als Menschen und Zwerge losstürmten Saphira stürzte sich brüllend in den Kampf Mit Maul und Klauen zerriss sie einen Urgal Ihre Zähne waren so tödlich wie jedes Schwert Ihr Schwanz eine riesige Keule Von ihrem Rücken aus parierte Eragon den Hammerschlag eines Urgal-Häuptlings Und schützte so ihre verwundbaren Flügel Zaroks rote Klinge schien freudig aufzublitzen, als das Blut des Ungeheuers an ihr herablief Aus dem Augenwinkel sah Eragon, wie Orik mehreren Urgals mit mächtigen Axthieben das Genick zertrümmerte Neben dem Zwerg saß Murtag auf seinem Pferd, das Gesicht verzerrt von einem teuflischen Fauchen Während er wütend das Schwert schwenkte und jede Verteidigung durchbrach Dann wirbelte Saphira herum und Eragon sah, wie Aria von dem leblosen Körper eines Gegners zurückschnellte Ein Urgal sprang über einen verletzten Zwerg und schwang sein Schwert gegen Saphiras rechtes Vorderbein Die Waffe prallte funkensprühen von ihrer Rüstung ab Eragon schlug ihm auf den Kopf, aber er blieb mit Sarok in den Hörnern des Ungeheuers hängen, sodass ihm das Schwert aus der Hand gerissen wurde Fluchend sprang er von Saphira herab, stürzte sich auf den Urgal und stieß ihm den Schild ins Gesicht Dann riss er Sarok aus den Hörnern der Bestie und sprang zur Seite, als ihn ein anderer Urgal angriff »Saphira, ich brauche dich«, rief er, aber die hin- und herwogende Schlacht hatte sie getrennt Plötzlich stand ein Kohl vor ihm, die Keule zum Schlag gehoben Da er den Schild nicht mehr rechtzeitig hochreißen konnte, rief Eragon »Jerda« Mit hörbarem Knacken brach es dem Kohl das Genick Vier weitere Urgals fielen Saroks durstiger Klinge zum Opfer Dann ritt Murtag an Eragons Seite und schlug die heranstürmenden Ungeheuer zurück »Komm«, rief er, reichte ihm die Hand und zog Eragon aufs Pferd Sie eilten Saphira zur Hilfe, die inmitten einer Horde von Angreifern stand Zwölf mit Speeren bewaffnete Urgals umkreisten sie und stachen mit ihren Waffen auf sie ein Sie hatten schon mehrfach ihre beiden Flügel durchbohrt Saphiras Blut spritzte auf den Boden Jedes Mal, wenn sie auf einen der Urgals losgingen, rückten diese zusammen und stießen nach ihren Augen Sodass sie wieder zurückweichen musste Sie versuchte ihnen mit dem Schwanz die Speere aus der Hand zu schlagen Aber die Urgals sprangen zurück und duckten sich Beim Anblick von Saphiras Blut geriet Eragon außer sich Mit einem wilden Aufschrei sprang er vom Pferd und rammte dem nächstbesten Urgal Alle Vorsicht vergessend die Klinge in die Brust Sein Angriff sorgte für die nötige Ablenkung, die Saphira brauchte, um den tödlichen Kreis durchbrechen zu können Sie schleuderte einen Urgal aus dem Weg, eilte zu Eragon und beugte sich zu ihm hinab Er packte einen ihrer Halszacken und zog sich in den Sattel Mortak hob zum Abschied die Hand Dann stürzte er sich auf ein anderes Knoll von Urgals In stiller Übereinkunft hob Saphira ab und stieg über den kämpfenden Armeen in die Höhe Um sich eine Verschnaufpause von der Raserei und der Gewalt zu gönnen Eragons Atem bebte Seine Muskeln waren zum Zerreißen gespannt, bereit sich dem nächsten Angriff entgegenzuwerfen Jede Faser seines Wesens vibrierte vor Energie und er fühlte sich lebendiger als je zuvor Saphira kreiste in der Luft, bis sie neue Kräfte gesammelt hatte Dann flog sie einen weiten Bogen und hielt von hinten auf die Urgals zu, dort, wo deren Bogenschützen standen Bevor die Ungeheuer merkten, was geschah, hatte Eragon zwei Bogenschützen enthauptet Und Saphira drei weiteren den Bauch aufgeschlitzt Als Alarm geschlagen wurde, legte sie sich in eine scharfe Kurve und entfernte sich rasch aus der Reichweite der Pfeile Sie wiederholten die Taktik an einer anderen Flanke der feindlichen Armee Saphiras List und Schnelligkeit und die schlechten Lichtverhältnisse machten es den Urgals unmöglich vorauszuahnen An welcher Stelle sie als nächstes angreifen würde Wenn Saphira in der Luft war, gebrauchte Eragon seinen Bogen, aber ihm ging schnell die Pfeile aus Bald standen ihm, außer Zarok, nur noch seine magischen Kräfte zur Verfügung Und die wollte er sich als letzte Reserve für den Notfall aufheben Saphiras Flüge über die kämpfenden Armeen verschafften Eragon einen einzigartigen Überblick über das Kampfgeschehen In Fatendur tobten drei separate Gefechte, eines an jedem offenen Tunnel Die Urgals waren im Nachteil, weil ihre Streitmacht aufgespalten worden war Und weil sie ihre Soldaten nicht alle auf einmal aus den Tunneln herausbekamen Trotzdem konnten die Warden und Zwerge das Vorrücken der Ungeheuer nicht verhindern Und wurden langsam in Richtung Tronschheim zurückgedrängt Ihre Zahl schien unbedeutend im Vergleich zu den Massen von Urgals Die stetig anwuchsen, da immer mehr Ungeheuer aus den Tunneln zum Vorschein kamen Die Urgals hatten sich um verschiedene Standarten herum angeordnet, von denen jede einen Clan repräsentierte Aber es war nicht festzustellen, wer den Oberbefehl hatte Die einzelnen Clans beachteten einander gar nicht, so als würden sie ihre Befehle von einer anderen, unsichtbaren Stelle erhalten Eragon hätte zu gern gewusst, wer das Kommando hatte, damit er ihn ausschalten konnte Da fiel ihm Arji Hats Auftrag ein, und er gab die Informationen an die Zwillinge weiter Auch sie interessierte besonders die Frage, wer wohl der Oberbefehlshaber der Urgals war und wo er sich aufhalten könnte Zu diesem Punkt stellten sie ihm einige Fragen Die Unterredung war kurz und verlief reibungslos Als letztes ließen ihn die Zwillinge noch wissen Du sollst Chotka helfen, es steht schlecht um sein Bataillon Verstanden, antwortete Eragon Saphira flog zu den belagerten Zwergen und schoss in niedriger Höhe über Chotka hinweg In goldener Rüstung stand der Zwergenkönig in vorderster Reihe einer kleinen Kriegerschar und schwang Wohllund, den Hammer seiner Vorfahren Sein weißer Bart reflektierte das Laternenlicht, als er zu Saphira aufschaute und Bewunderung schimmerte in seinen Augen Saphira landete neben den Zwergen und wandte sich den anstürmenden Urgals zu Selbst die tapfersten Kuls mussten sich ihrer ungestümen Gegenwehr beugen Eragon versuchte Saphira so gut es ging zu schützen Ihre linke Flanke wurde von den Zwergen gedeckt Aber vor ihr und an ihrer rechten Seite tobte ein Meer von Feinden Diesen gegenüber zeigte Eragon keine Gnade und er nutzte jede sich bietende Gelegenheit aus, um ein Ungeheuer zu töten Mal mit dem Schwert, dann wieder mit Magie Ein Speer prallte von seinem Schild ab, der dabei mit voller Wucht gegen seine Schulter stieß Er schüttelte den Schmerz ab und spaltete einem Urgal den Schädel Leblos sank das Ungeheuer zu Boden Eragon war erstaunt über Rodgar, der sich trotz seines selbst für Zwerge fortgeschrittenen Alters als hervorragender, unermüdlicher Kämpfer erwies Jeder Treffer seines Hammers brachte einem Urgal den Tod Nachdem ein Speer einen seiner Nebenleute niedergestreckt hatte riss Rodgar das Wurfgeschoss aus dem Leichnam und schleuderte es so kraftvoll zu seinem 20 Schritt entfernt stehenden Besitzer zurück dass es diesen glatt durchbohrte und am Rücken wieder austrat Bei diesem Anblick fühlte Eragon sich zu noch größerer Anstrengung aufgerufen um mit dem heldenhaften König mithalten zu können Er griff einen riesigen, fast außerhalb seiner Reichweite stehenden Kull an und wäre fast aus Saphiras Sattel gestürzt Bevor er sich wieder aufrichten konnte, stürmte der Kull an Saphira vorbei und holte mit dem Schwert aus Der wuchtige Schlag traf Eragon seitlich am Helm Vor seinen Augen verschwamm alles und in seinen Ohren läutete es Sturm Benommen versuchte er sich aufzusetzen, doch der Kull setzte bereits zum nächsten Schlag an Als sein Arm herabfuhr, schoss plötzlich eine schlanke, stehlerne Klinge aus seiner Brust hervor Das Ungeheuer schrie auf und stürzte zu Boden Statt seiner stand nun Angela dort Die Hexe trug einen langen, roten Umhang über einer sonderbaren Rüstung, die schwarz und grün emaliert und an den Rändern elegant geschwungen war In der Hand hielt sie eine lange, hölzerne Stange, an deren Enden jeweils eine Schwertklinge befestigt war Sie winkte Eragon schelmisch zu, dann stürmte sie davon, wie ein Wirbelwind ihr Doppelschwert schwingend Er auf dem Fuße folgte Solembum in Gestalt des kleinen Jungen mit wuschligem Haarschopf Er hielt einen kleinen, schwarzen Dolch in der Hand und bläckte die scharfen Zähne zu einem katzenartigen Fauchen Noch immer von dem Schlag benommen, gelang es Eragon jetzt, sich wieder im Sattel aufzurichten Saphira stieg in die Luft empor und flog einen weiten Bogen, damit er sich ausruhen konnte Er schaute auf die Kraterlandschaft hinab und zu seiner Bestürzung sah er, dass es um alle drei Bataillone schlecht stand Weder Arjihad noch Jörmundur oder Hrothgar konnten die Urgals aufhalten Die Übermacht der Feinde war zu groß Da fragte er sich, wie viele auf einmal er wohl mit einem magischen Schlag töten konnte Er kannte seine Grenzen nur zu gut Wenn er genügend Urgals umbringen wollte, um den Sieg zu ermöglichen, dann würde das wahrscheinlich seinen eigenen Tod bedeuten Aber vielleicht war dieses Opfer ja nötig, um zu gewinnen Die Kampfhandlungen dauerten Stunde um Stunde an Warden und Zwerge waren völlig erschöpft, während die Urgals wegen der ständig aus den Tunneln nachströmenden Verstärkung unverändert frisch blieben Es war ein Albtraum für Eragon Obwohl er und Saphira alles gaben, war immer sofort ein neuer Urgal zur Stelle, um den Platz des soeben gefallenen Ungeheuers einzunehmen Eragons ganzer Körper schmerzte, besonders sein Kopf Jede magische Handlung verbrauchte ein bisschen mehr von seiner Kraft Saphira war noch in besserer Verfassung, obwohl ihre Flügel zahlreiche kleine Wunden aufwiesen Als er einen Schwertstreich parierte, meldeten sich plötzlich die Zwillinge bei ihm Unter Tronschheim ist lautes Getöse zu vernehmen Es klingt, als würden die Urgals versuchen, sich in die Stadt durchzugraben Du musst mit Aria den Tunnel, den sie graben, zum Einsturz bringen Eragon entledigte sich seines Angreifers mit einem wuchtigen Schwerthieb Wir sind gleich da! Er hielt nach Aria Ausschau und sah sie mit einer Horde Urgals kämpfen Saphira bahnte sich rasch einen Weg zu der Elfe und ließ dabei einen Berg enthaupteter Leichname zurück Eragon reichte Aria die Hand und sagte Steig auf! Ohne zu zögern sprang Aria auf Saphiras Rücken Sie schlang Eragon den rechten Arm um die Hüfte In der anderen Hand ihr blutbesudeltes Schwert Als Saphira sich niederkauerte, um sich vom Boden abzustoßen, rannte ein Urgal auf sie zu hob seine Axt und versetzte ihr einen kräftigen Hieb gegen die Brust Saphira schrie vor Schmerz auf, machte einen Satz vorwärts und riss dabei ein Stück vom Kraterboden mit Sie kämpfte mit der Schwerkraft, versuchte nicht abzustürzen, kippte aber zur Seite und schrammte mit ihrer rechten Flügelspitze über den Boden Unter ihnen holte der Urgal aus, um seine Axt nach ihr zu schleudern Doch Aria hob die Hand, rief etwas und ein grüner Lichtblitz schoss aus ihrer Handfläche und tötete das Ungeheuer Mit einem gewaltigen Schulterrucken balancierte Saphira sich wieder aus Sie flog schwer atmend dicht über die Köpfe der Krieger hinweg und verließ in einer weiten Kurve das Schlachtfeld Bist du verletzt? fragte Eragon besorgt. Er konnte die Stelle nicht sehen, wo sie getroffen worden war Ich glaube nicht, sagte sie grimmig Aber meine Rüstung ist verbeult. Sie drückt mir gegen den Brustkorb und behindert mich in meinen Bewegungen Kannst du uns zum Drachenhof fliegen? Ich glaube schon Eragon erklärte Aria, was mit Saphira geschehen war Wenn wir gelandet sind, bleibe ich bei ihr und helfe ihr aus der Rüstung, erbot sich die Elfe Danach komme ich wieder zu dir hinunter Danke, sagte er Der Flug war anstrengend für Saphira und sie ließ sich mit bewegungslosen Schwingen durch die Luft gleiten, so oft es ging Als sie den Drachenhort erreichten, landete sie schwer auf Isidamitrim Eigentlich sollte einer der Zwillinge von hier aus die Schlacht beobachten, aber es war niemand zu sehen Eragon sprang ab und betrachtete erschrocken den Schaden, den der Urgal angerichtet hatte Vier der Metallplatten an Saphiras Brust waren ineinander verkeilt, so dass ihre Atmung und ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt waren Pass auf dich auf, sagte er Strich ihr kurz über die Seite und rannte durch den Torbogen hinaus Dann blieb er jedoch fluchend stehen Er war am obersten Absatz von Volturin, der endlosen Wendeltreppe Vor lauter Sorge um Saphira hatte er noch gar nicht daran gedacht, wie er in Tronschheims Erdgeschoss gelangen sollte Wo die Urgals versuchten, sich in den Stadtberg durchzugraben Er hatte keine Zeit, die Treppe hinabzulaufen Sein Blick fiel auf die schmale Rutschrinne rechts daneben Dann griff er energisch nach einem der Lederkissen und setzte sich eilig darauf Die steinerne Rutschbahn war glatt, wie lackiertes Holz Mit dem Leder unter sich gewann er fast augenblicklich ein beängstigendes Tempo Verschwommen flogen die Wände an ihm vorbei und die Fliehkraft drückte ihn am Außenrand hoch Eragon lag flach auf dem Rücken, um noch schneller zu werden Die Luft pfiff an seinem Helm vorbei und ließ ihn vibrieren wie eine Wetterfahne im Sturm Die Rinne war eigentlich viel zu eng für ihn Und er lief ständig Gefahr, herausgeschleudert zu werden Aber solange er Arme und Beine still hielt, konnte nichts passieren Es ging rasend schnell, aber trotzdem brauchte er fast zehn Minuten, bis er unten ankam Am Ende verlief die Rinne nur noch geradeaus und spie ihn schließlich auf den weitläufigen Karneolboden der mittleren Kammer aus Als die Schlitterpartie endlich zu Ende war und er aufstehen wollte, war ihm so schwindelig Und übel, dass er sich auf dem Boden zusammenrollte, die Hände über den Kopf geschlagen Und abwartete, bis sich nicht mehr alles drehte Als er sich besser fühlte, stand er auf und schaute sich mit weichen Knien um Der kreisrunde Saal war völlig verlassen Die Stille beunruhigend Rosiges Licht fiel von Isidar Mietrim auf ihn herab Er zögerte, was sollte er jetzt tun, und schickte seinen Geist nach den Zwillingen aus Dann erstarrte er, als ein lautes Klopfen durch Tronschheim hallte Eine Explosion zerriss die Luft Ein langes Stück des Kammerbodens brach auf und flog dreißig Fuß hoch in die Luft Um gleich darauf in eine Trümmerwolke gehüllt, unter ohrenbetäubendem Lärm, wieder herunterzukrachen Benommen taumelte Eragorn zurück und griff nach Zarok Bis an die Zähne bewaffnete Urgals kletterten aus dem Loch im Boden Eragorn zögerte Sollte er fliehen? Oder sollte er bleiben und versuchen, den Tunnel zu schließen? Selbst wenn ihm das gelänge, bevor die Urgals ihn angriffen Brachen sie in diesem Moment womöglich gerade an mehreren Stellen in Tronschheim durch den Boden Er konnte unmöglich überall zugleich sein, um zu verhindern, dass der Stadtberg eingenommen würde Aber wenn ich eins der großen Tore aufsprenge, könnten die Waden Tronschheim wieder einnehmen, ohne die Stadt erst belagern zu müssen Überlegte er fieberhaft Noch bevor er einen Entschluss fassen konnte, stieg ein Mann in pechschwarzer Rüstung aus dem Tunnel und starrte ihn durchdringend an Es war Dursa Er trug sein langes, blankes Schwert mit der haarfeinen Scharte, die Arji hat, der Klinge beigebracht hatte An seinem Arm hing ein schwarzer Rundschild mit einem roten Emblem Sein dunkler Helm war reich dekoriert, wie der eines Generals, und ein langer Schlangenhautumhang fiel über seine Schultern Wahnsinn loderte in seinen gelblichen Augen Der Wahnsinn eines Dämonen, der seine Macht genießt und sie nur zu gern gebraucht Eragon wusste, dass er weder stark noch schnell genug war, um dem Schatten zu entkommen Er warnte Saphira, obwohl ihm klar war, dass sie ihn nicht retten konnte Dann ging er in die Hocke und rief sich rasch Broms Ermahnung ins Gedächtnis, was im Kampf gegen jemanden, der die Magie beherrscht, zu bedenken war Es hörte sich nicht sehr mutigend an Und Arjihat hatte gesagt, man könne einen Schatten nur mit einem Stoß mitten ins Herz vernichten Dursa musterte ihn verächtlich und sagte Die Urgals beobachteten Eragon argwöhnisch und bildeten einen großen Kreis um ihn Mit triumphierender Miene trat Dursa langsam auf Eragon zu So trifft man sich wieder, mein junger Drachenreiter Es war töricht von dir, mir in Gilead zu entfliehen Das macht es am Ende nur umso schlimmer für dich Du kriegst mich nie lebendig zu fassen, sagte Eragon Ach wirklich? fragte der Schatten und zog eine Augenbraue hoch Das Licht des Sternsaphirs verlieh seiner Haut einen geisterhaften Farbton Ich sehe nirgendwo deinen Freund Murtag, der dir beim letzten Mal geholfen hat Du kannst mich nicht aufhalten Niemand kann das Furcht machte sich in Eragon breit Woher weiß er, dass Murtag auf dem Schlachtfeld ist? dachte er Er versuchte so verächtlich wie möglich zu klingen und sagte spöttisch Wie hat es dir denn gefallen, einen Pfeil zwischen die Augen zu bekommen? Dursa zuckte zusammen Das wird er mir mit Blut vergelten Und jetzt verrate mir, wo sich dein Drache versteckt Niemals Die Miene des Schattens verfinsterte sich Dann prügele ich es eben aus dir heraus Sein Schwert schnellte durch die Luft In dem Moment, als Eragon die Klinge mit seinem Schild abblockte Bohrte sich ein geistiger Fühler tief in seine Gedanken Eragon kämpfte mit aller Kraft dagegen an Trieb Dursa zurück und griff ihn seinerseits mit der ganzen Macht seines Geistes an Er hämmerte verzweifelt gegen den eisenharten Verteidigungsring um Dursas Geist Konnte ihn aber nicht durchbrechen Da versuchte er, mit Zarok einen Überraschungstreffer zu landen Der Schatten stieß die Klinge jedoch mühelos zur Seite Und griff blitzschnell an Die Schwertspitze bohrte sich in Rippenhöhe in Eragons Kettenhemd Das jedoch verrutschte und die Klinge ablenkte Sodass sie ihn um Haaresbreite verfehlte Die Ablenkung reichte Dursa, um in Eragons Geist durchzubrechen Und dort nach der Kontrolle zu greifen Nein! rief Eragon und stürzte sich auf den Schatten Sein Gesicht verzerrte sich, während er mit Dursa rang und versuchte dessen Schwertarm zu packen Dursa versuchte ihm die Hand abzuhacken, doch der Kettenhandschuh lenkte die Klinge nach unten ab Als Eragon ihm ans Schienbein trat, knurrte Dursa wütend, schwang seinen schwarzen Rundschild herum Und stieß ihn zu Boden Eragon schmeckte Blut, an seinem Hals pochte es Doch er schenkte dem Schmerz keine Beachtung, rollte sich blitzartig zur Seite Und rammte Dursa seinen Schild in den Leib Trotz der größeren Schnelligkeit des Schattens traf der schwere Schild ihn an der Hüfte Dursa taumelte und Eragon stieß zu Zarok drang dem Schatten tief in den Oberarm Blut quoll aus der Wunde Eragon rannte mit dem Geist gegen den Schatten an und durchbrach dessen geschwächten Verteidigungsring Plötzlich stürzte eine Bilderflut auf ihn ein und rauschte durch sein Bewusstsein Dursa als Sohn einer Nomadenfamilie, die in der menschenleeren Tiefebene lebt Ihr Stamm hat sie verlassen und seinen Vater als Eidbrecher geächtet Damals hieß Dursa noch Karsaib, der Name war seiner Mutter eingefallen, als sie ihm das Haar kennte Der Schatten warf sich mit schmerzverzerrtem Gesicht hin und her Eragon versuchte die über ihn hereinbrechende Sturzflut der Erinnerung in Schach zu halten, aber ihre Wucht war überwältigend Er steht auf einem Hügel am Grab seiner Eltern und wünscht sich weinend, die Männer hätten auch ihn umgebracht Dann wendet er sich ab und taumelt mit tränenverschleierten Augen in die Wüste hinein Dursa sah Eragon an Abgrundtiefer Hass loderte in seinen gelblichen Augen Eragon kniete auf einem Bein, stand fast und versuchte, seinen Geist zu verschließen Der Blick des alten Mannes, als er Karsaib halbtot auf einer Sandbühne liegen sieht Die vielen Tage bis zu Karsaibs Genesung Und seine Furcht, als er herausfindet, dass sein Retter ein Zauberer ist Dann sein Flehen, der alte Mann möge ihm beibringen, wie man die Geister beherrscht Und Haegs Einwilligung Der Alte nennt ihn Wüstenratte Eragon stand wieder aufrecht Dursa griff an, das Schwert hoch erhoben In seiner Wut vergaß er den Schild Die Tage seiner Unterweisung in der sengenden Sonne Immer nach den Echsen Ausschau haltend, die ihnen als Nahrung dehnen Seine stetig wachsende Kraft, die ihn stolz und selbstbewusst macht Die Wochen, in denen er seine nach einem fehlgeschlagenen Zauber erkrankten Lehrmeister pflegt Seine Freude, als Haeg wieder gesund wird Es gab nicht genug Zeit, um zu reagieren Nicht genug Zeit Die Banditen, die sie in der Nacht überfallen und Haeg umbringen Karsaibs unendliche Wut Und die Geister, die er heraufbeschwört, um Rache zu üben Aber die Geister sind stärker als erwartet Sie wenden sich gegen ihn Ergreifen Besitz von seinem Geist und Körper Er schreit Er ist Ich bin Dursa Die Schwertklinge krachte auf Eragons Rücken Sprengte das Kettenhemd und fuhr ihm ins Fleisch Er schrie auf, als ein brennender Schmerz ihn durchzuckte und in die Knie zwang Ein qualvolles Stechen krümmte seinen Körper und verdrängte alle Gedanken Er schwankte Kaum bei Bewusstsein Heißes Blut lief an seinem Körper herab Dursa sagte etwas, das er nicht hören konnte In seiner Verzweiflung hob Eragon den Blick zum Himmel Tränen liefen ihm über die Wangen Jetzt war alles verloren Die Warden und die Zwerge waren vernichtet Er war besiegt Safira wurde sich ihm zuliebe ergeben Sie hatte es ja schon einmal getan Und Aria würde man wieder gefangen nehmen oder töten Warum musste es so enden? Welche Art von Gerechtigkeit war das? Alles war umsonst gewesen Als er zu dem Stern Saphir weit oben über seinem geschundenen Körper aufschaute Explodierte dort plötzlich ein grelles Licht und blendete ihn Im nächsten Moment schallte ohrenbetäubender Lärm durch die Kammer Dann konnte er wieder sehen und starrte ungläubig in die Höhe Der herrliche Safir war zerborsten Riesige dolchartige Scherben stürzten auf den fernen Boden zu Die meisten davon dicht an der Wand In der Mitte der Kammer stieß Safira kopfüber in die Tiefe Aus ihrem weit aufgerissenen Maul Schoss eine gewaltige hellgelbe Mit einer Spur blau durchsetzte Flammenzunge Auf ihrem Rücken saß Aria mit hoch erhobenem Arm Ihr Haar wehte im Flugwind Und ihre Handfläche schimmerte in magischem Grün Die Zeit schien auf einmal langsamer zu vergehen Als Eragon sah, wie Dorsa den Kopf zur Decke hob Das Gesicht des Schattens verzerrte sich erst vor Überraschung Dann vor Wut Höhnisch schnaubend hob er die Hand und deutete auf Safira Auf seinen Lippen nahm ein Wortgestalt an Plötzlich brandete aus den Tiefen seines Wesens Eine verborgene Kraftreserve in Eragon auf Seine Finger schlossen sich um den Griff seines Schwertes Er stieß durch die Barriere in seinem Geist Und beschwor seine magischen Kräfte herauf All sein Schmerz und Zorn Ballten sich in einem einzigen Wort zusammen Brisingir Zarok blitzte blutrot auf Kalte Flammen schossen aus dem Metall Eragon machte einen Satz nach vorn Und rammte Dorsa die Klinge ins Herz Der Schatten starrte ungläubig auf die Waffe, die aus seiner Brust ragte Sein Mund war geöffnet, aber anstelle von Worten ertönte ein grässliches Heulen Das Schwert entglitt seinen kraftlosen Fingern Er packte Zarok und zerrte daran, aber es steckte fest in ihm Dann wurde seine Haut durchsichtig Darunter waren weder Fleisch noch Knochen, sondern nur umherwirbelnde dunkle Muster zu sehen Er kreischte noch lauter, als diese Dunkelheit pulsierte und seine Haut aufbrach In einem letzten Schrei riss es ihn von Kopf bis Fuß auseinander Die Dunkelheit entwich aus seinem Körper und teilte sich in drei eigenständige Wesenheiten Die fluchtartig durch Tronschheims Mauern glitten und Fahrtendur verließen Der Schatten war vernichtet Aller Kräfte beraubt sank Eragon mit ausgestreckten Armen in sich zusammen Über ihm hatte Saphira mit Aria fast den Boden erreicht Einen Augenblick lang sah es so aus, als würden sie mit dem Scherbenmeer zusammen abstürzen Doch als seine Wahrnehmung langsam erlosch, schienen Saphira, Aria und die unzähligen Bruchstücke des Sternsaphirs In ihrem Sturzflug innezuhalten und in der Luft zu erstarren Der Trauernde Weise Die Erinnerungsfetzen des Schattens blitzten weiter unablässig in Eragon auf Ein Wirbelwind düsterer Ereignisse und Empfindungen tobte über ihn hinweg und löschte jeden klaren Gedanken aus Versunken in dem Mahlstrom wußte er weder wer noch wo er war Er war zu geschwächt, um die fremde Kraft abzuschütteln, die seinen Geist umwölkte Grausame Bilder aus der Vergangenheit des Schattens explodierten hinter seinen Augen Bis sein Bewusstsein angesichts der blutigen Anblicke gequält aufschrie Vor ihm türmte sich ein Leichenberg Unschuldige Menschen, die man auf Befehl des Schattens abgeschlachtet hatte Er sah Heerscharen von Leichen Ganze Dörfer waren den tödlichen Worten oder dem Schwert des Schattens zum Opfer gefallen Es gab kein Entrinnen aus dem Blutbad, das ihn umgab Er schwankte hin und her, wie eine Kerzenflamme, unfähig dem Ansturm des Bösen standzuhalten Er betete, dass ihn jemand aus diesem Albtraum erlösen möge Aber niemand erhörte ihn Wenn er sich doch nur erinnern könnte War er Kind oder Mann, Schurke oder Held, Schatten oder Drachenreiter Alles war ein einziges sinnloses Durcheinander Er trieb völlig hilflos in der hin- und herwogenden Flut der Bilder Plötzlich brachen Bruchstücke seiner eigenen Erinnerungen durch die düstere Wolke Die der Geist des Schattens hinterlassen hatte Alles, was geschehen war, seit er Saphiras Ei gefunden hatte Stand ihm nun im klaren Licht der Erkenntnis vor Augen Seine Erfolge und seine Niederlagen hielten sich die Waage Er hatte vieles verloren, was ihm lieb und teuer war Und doch hatte das Schicksal ihn mit einigen seltenen, außergewöhnlichen Gaben bedacht Zum ersten Mal war er stolz auf das, was er war Als hätte die lehmende Schwärze des Schattens sein neu entdecktes Selbstbewusstsein gespürt Attackierte sie ihn von Neuem Sein Ich stürzte ins Leere Während Unsicherheit und Angst seine Zuversicht erstickten Was bildete er sich eigentlich ein, dass er glaubte Die Mächte Allergäsias herausfordern Und dabei mit heiler Haut davon kommen zu können Er kämpfte gegen die vernichtenden Gedanken des Schattens an Anfangs schwach, dann immer stärker Er flüsterte Wörter aus der alten Sprache Und merkte, dass sie ihm genug Kraft gaben, um die Übergriffe des Schattens abzuwehren Obwohl seine Schutzbarrieren gefährlich wankten Begann er langsam sein verstreutes Bewusstsein in einer kleinen, hellen Hülle Um sein innerstes Wesen zu sammeln Außerhalb seines Geistes verspürte er einen quälenden Schmerz Der so stark war, dass er sein Leben auszulöschen drohte Aber irgendetwas oder irgendjemand schien sein Bewusstsein dagegen abzuschirmen Er war noch zu schwach, um seinen Geist vollständig zu befreien Aber er konnte immerhin klar genug denken Um sich seiner Erlebnisse seit Kavahal zu vergegenwärtigen Wohin sollte er nun gehen? Und wer würde ihm den Weg weisen? Ohne Brum gab es niemanden mehr, der ihn führen oder anleiten konnte Komm zu mir Er zuckte zusammen, als ein anderes Bewusstsein ihn berührte Ein so großes und machtvolles, dass es wie ein Berg über ihm aufragte Es war das Bewusstsein des Wesens, das ihn vor den Schmerzen schützte Er konnte es förmlich spüren Er vernahm dieselben melodischen Klänge, die er bereits aus Arias Geist kannte Tiefe, bernsteingoldene Akkorde, voll bitter süßer Melancholie Schließlich wagte er zu fragen Wer, wer bist du? Jemand, der dir helfen möchte? Mit einem kurz aufflackernden, unausgesprochenen Gedanken wurden die letzten Reste des Schattens weggewischt, wie flüchtige Spinnweben Befreit von der bedrückenden Last entfaltete Eragon seinen Geist, bis er an eine Barriere stieß, an der er nicht vorbeikam Ich habe dich so gut ich konnte geschützt Aber du bist so weit entfernt, daß ich nun nichts mehr für dich tun kann, außer deinen Verstand gegen die Schmerzen abzuschirmen Wer bist du? fragte Eragon erneut Es folgte ein tiefes Knurren Ich bin Ostato Chetove, der trauernde Weise Und Togira Igunoka, der unversehrte Krüppel Komm zu mir, Eragon Denn ich kenne die Antworten auf allen deine Fragen Du bist nicht in Sicherheit, bis du zu mir findest Aber wie kann ich zu dir finden, wenn ich gar nicht weiß, wo du bist? fragte Eragon verzweifelt Vertraue Aria und geh mit ihr nach El Esmera Ich werde dort sein Ich warte schon so lange Also beeil dich Sonst könnte es bald zu spät sein Du bist tapferer, als dir bewusst ist, Eragon Vergiss nie, was du geleistet hast Und freue dich darüber Denn du hast das Land von einem bösen Übel befreit Du hast etwas getan Was niemand sonst hätte tun können Viele stehen in deiner Schuld Der Fremde hatte Recht Was er getan hatte, verdiente Ehre und Anerkennung Welche Prüfungen die Zukunft auch für ihn bereithielt Er war nicht mehr nur ein einfacher Bauer im Spiel um die Macht Er war über sich hinausgewachsen Und war nun ein anderer Hatte Bedeutung erlangt Er war zu dem geworden, was Aji hat Sich von ihm erhofft hatte Eine von Königen und anderen Anführern unabhängige Autorität Er spürte Zustimmung, als er zu dieser Erkenntnis gelangte Du lernst schnell Sagte der trauernde Weise Und rückte ein Stück näher Eine Vision sprang von ihm auf Eragon über Und vor dessen geistigem Auge erblühte ein Farbenmeer Das sich zu einer gebeugten, ganz in Weiß gekleideten Gestalt zusammensetzte Die auf einer sonnenbeschienenen Klippe stand Es ist an der Zeit, daß du dich ausruhst, Eragon Wenn du aufwachst Erzähle niemandem Von mir Sagte die Gestalt sanft Das Gesicht verdeckt von einem Silberschein Vergiß nicht Du mußt zu den Elfen gehen Schlaf jetzt Er hob die Hand Wie zum Segen und tiefer Friede Durchströmte Eragon Sein letzter Gedanke war Daß Brom stolz Auf ihn gewesen wäre Aufwachen Drängte die Stimme Wach auf, Eragon Du hast lange genug geschlafen Er regte sich unwillig Wollte die Aufforderung nicht hören Die Wärme, die ihn umgab War zu behaglich, um sie schon aufzugeben Doch die Stimme gab nicht nach Steh auf Agedlam Wir brauchen dich Widerwillig Sagte er und merkte Daß sein Mund trocken Und wund war Dann Beweg dich nicht Heb dir deine Kraft auf Sagte sie Und fuhr sich mit der Hand Durch das lockige Haar Eragon sah, daß sie noch immer Ihre seltsam geschwungene Rüstung trug Warum nur Ein Hustenanfall Schüttelte ihn Ihm wurde schwindelig Und alles tat weh Seine fiebrigen Gliedmaßen Fühlten sich tonnenschwer an Angela hob ein vergoldetes Horn Vom Boden auf Und hielt es ihm an die Lippen Hier Trink Der kalte Meth Der seine Kehle hinabrann Erfrischte ihn Dann breitete sich in seinem Bauch Wohlige Wärme aus Und stieg ihm ins Gesicht Wieder hustete er Was das Pochen in seinem Schädel Noch verschlimmerte Wie bin ich hierher gekommen? Dachte er Es gab eine Schlacht Wir standen kurz vor der Niederlage Dann kam Dursa Und Saphira Rief er aus Und setzte sich ruckartig auf Sank aber sofort wieder zurück Denn in seinem Kopf Drehte sich alles Und ihm war übel Was ist mit Saphira? Geht es ihr gut? Die Urgals hatten uns überwältigt Da stürzte sie auf einmal herab Mit Aria Sie haben es überlebt Versicherte ihm Angela Und warten darauf Dass du endlich aufwachst Möchtest du sie sehen? Er nickte eifrig Angela stand auf Und öffnete die Tür Aria und Motak Kamen herein Hinter ihnen steckte Saphira Den Kopf durch die Öffnung Denn sie passte nicht vollständig Durch den Türrahmen Ihr Brustkorb vibrierte Als sie ihn mit aufgeregt Funkelnden Augen Anbrummte Eragon Lächelte matt Gesiegt Sie tot? Fragte Eragon Motak schüttelte den Kopf Nein Viele konnten noch in die Tunnel fliehen Die Warden und die Zwerge sind dabei Sie aufzustöbern Aber es wird eine Weile dauern Ich habe mitgeholfen Bis mir ein Urgerl einen Schlag Über den Schädel verpasste Und man mich hierher schickte Sie wollen dich doch nicht wieder einsperren, oder? Motaks Gesicht wurde ernst Daran denkt im Augenblick niemand Viele Warden und Zwerge sind gefallen Die Überlebenden sind dabei Sich von der Schlacht zu erholen Aber wenigstens du hast allen Grund glücklich zu sein Du bist ein Held Alle reden darüber Wie du Dursa getötet hast Ohne dich Wären wir verloren gewesen Eragon brachte die Lobeshymne Ein wenig in Verlegenheit Aber er verdrängte das Gefühl Und beschloss Später darüber nachzudenken Wo waren denn die Zwillinge? Sie waren nicht dort Wo sie sein sollten Ich konnte sie nicht erreichen Ich hätte ihre Hilfe gebraucht Motak zuckte mit den Schultern Mir wurde gesagt Sie hätten einen Urgeiltrupp zurückgeschlagen Der an einer anderen Stelle In Trondheim eingedrungen war Wahrscheinlich waren sie zu beschäftigt Um dich zu hören Aus irgendeinem Grund Kam Eragon das komisch vor Ohne dass er hätte sagen können warum Er wandte sich an Aria Der Blick ihrer großen hellen Augen Hatte die ganze Zeit auf ihm geruht Wie ist es möglich Dass ihr unversehrt geblieben seid Du und Saphira Ihr wart doch Ihm versagte die Stimme Langsam sagte die Elfe Als du Saphira vor Dursa gewarntest War ich noch dabei Ihr die beschädigte Rüstung abzunehmen Als ich fertig war War es zu spät Um Volt Turin hinunter zu rutschen Sie hätten dich gefangen genommen Ehe ich unten angekommen wäre Außerdem hätte Dursa dich eher getötet Bevor er zugelassen hätte Dass ich dich rette Bedauern schwang in ihrer Stimme Also habe ich Weil ich es nicht zugelassen habe Weil ich es nicht zugelassen habe Als wir den Boden fast erreicht hatten Hielt ich ihren Sturz auf Und ließ sie langsam herabschweben Sonst wären sie in tausend Teile zerbrochen Und hätten dich getötet Sagte Aria sachlich Nichts in ihrer Stimme Deutete auf die Anstrengung hin Die diese Tat für sie bedeutet hatte Ja Und mich hat es All meine Geschicklichkeit gekostet Euch beide Am Leben zu erhalten Fügte Angela Mit säuerlichem Gesichtsausdruck hinzu Plötzlich breitete sich Ein Gefühl der Beklommenheit In Eragon aus Und wurde bald genauso intensiv Wie das Hämmern in seinem Kopf Meine Rücken Aber er spürte dort keinen Verband Wie lange liege ich schon hier? Fragte er nervös Erst seit anderthalb Tagen Antwortete Angela Du hast Glück Dass ich zur Stelle war Sonst hätte deine Genesung Wochen gedauert Falls du es Überhaupt Überlebt hättest Erschrocken schlug Eragon Die Bettdecke zur Seite Und verdrehte den Oberkörper Um seinen Rücken zu betasten Angela packte sein Handgelenk Besorgnis in den Augen Eragon Du musst wissen Meine Heilkunst Funktioniert anders Als deine Oder Arias Die meine basiert Auf dem Einsatz Von Kräutern Und Heiltränken Meine Möglichkeiten Sind begrenzt Besonders bei einer So großen Er riss sich los Und betastete seinen Rücken Die Haut war glatt Und warm Harte Muskeln Wölbten sich Unter seinen forschenden Fingerspitzen Seine Hand Kroch in Richtung Du hast einen Schrecklichen Preis Für deinen Sieg gezahlt Eragon Eragon Schattentöter Vergiss nie Vergiss nie Auf all deine Fragen Auf all deine Fragen Da erfasste Eragon Ein Gefühl des Friedens Und der Genugtuung Ja Ich komme Err Bin Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020